Hallo, das ist Dosechen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich habe... Ich bin auf 2-3 Pokémon gestoßen, weil ich kurz rumgerannt bin. Ich dachte, so richtig so ein Pokémon-Sender. Nein, na. Jetzt ist Fleder Level 13, das tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Nicht wirklich. Ähm, ja, ein wildes Pokémon. Ein Zubat, wui. Dann wechseln wir mal auf Blitzy. Blitzy macht es... Wow, Blitzy hat sich selbst verletzt. Blitzy hat es tot gemacht. Blitzy hat Erfahrungspunkte. So, ein Team Rocket mit lädt. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Ja, ein dickes Ding dreht ihr hier jetzt nicht unbedingt, ne. Rocket möchte kämpfen. Rocket setzt Zubat ein... Hey, los, Fleder. Aber wir haben ein kleines Problem mit Fleder. Die Blutsammer sind alle... Blitzy, hau rein. Mach einen... Nein, ich mag einen Superstall. Superstall ist doof. Mach bitte einen Donner... Oh, ich glaub's nicht. Du sollst doch nur einen Donner-Schock machen. Nur einen Donner-Schock. Nein! Was bist du denn? Dumm oder... Das fängt toll an. Echt? Klasse. Hier. Friss das. Gut, dass das nichts anderes kann. Oh, bitte. Dankeschön. Das war aber auch mal nötig. So, die Attacke ist sehr effektiv. Zubat wurde besiegt. Fleder hält erfahrungsmöglich. Blitzy hält erfahrungsmöglich. Blitzy... Ja, nee, jetzt möchte ich dich mehr wechseln. So. Blitzy ist verwehrt. Wow, immer noch. Donner-Schock. Und es ist paralysiert. Das ist schön. Nein, das ist sehen. Ja, schön, dass es trotzdem angreift. Oh, du bist nicht mehr verwirrt. Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Preise den Herrn. Rettan, wo du bist? Ich blitze hier hell. Der Erfahrungspunkt. Du bist eine harte Nusskleider. Dankeschön. So, hier ist ein Äther dran. Wie unauffällig. Dieser Stein noch platziert ist. Das hier ist TM... Ach Gott, was war TM1 nochmal? Ähm... Das war Geduld. Was ist Geduld? Was ist das? Aquaknarrer. Ja, klar. Ich bring das jetzt irgendeinem bei. Ey, lustig, ne? Äh, Kabi Plus. Ja gut, das kriegt... Keine Ahnung. Ja, kriegst du. Äh, einfach mal damit es weg ist. Es ist nämlich Platz weg. TM1. TM1 sagt, wir sind mega hier. Gib mir gleich einen Pokémon mal bringe. Warum denn nicht? Und... Bin ich ernsthaft, oder? Du kannst... Äh, was hast du denn für Attacken, ne? Ja, klar. Zeck mal, was hast du denn? Ruck, zuck, lieb. Drona, Welle, Heuler. Ja, komm, hau rein. Blitzi hat Heuler vergessen. Und Blitzi hat Mega hier. Jo, ist total unnötig. Aber gut. Warum nicht? Bringen wir einen Pikachu Mega hier bei. Bei Raichus kann ich mir das wiederum vorstellen. Mit den Ärmchen drauf. Oh, nächster Trainer. Bist du auch noch Forschungsreise? Nein, ich bin... Bin auf dem Durch... Ich bin auf dem Durch... Teenager. Ja, ich glaube nicht, dass du das bist mit einem Ratz-Ratz. Blitzi... 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 Blitzi, hau rein! Lass dich nicht so rund und hatt kriegen. Komm, einfach nur, weil es lustig ist. Und dann verfehlst du natürlich. Ey. Das ist langsam nicht mehr lustig. Das macht dich noch tot. Und? Oh, ein Volltreffer. Klasse. Äh, ich... Ja, ich möchte das Pokémon erstmal wechseln. Wir haben ja noch unser Blümchen. So, unser Blümchen benutzt den Tackle. Wenn das Ratz-Ratz nicht zuerst wegen seinem Ruck-Zock-Heb-Andreifen darf. Und ein Volltreffer. Wow. Und dann nochmal, bitte. Super. Ratz-Ratz wurde besiegt. Blümchen erhält Erfahrungsgute. Super. Ja, eigentlich ja, ne? Blitzi, hau rein. Das schaffst du. Du bist schneller als das Zubat. Definitiv. Den Mikatschus nicht sowieso. Oh, na... Nein. Ich meine, das überlebst du, aber... Nein. Was soll denn das? Oh, ein Volltreffer. Wenn da noch einen landet, dann verfehlst du schon wieder. Dann bist du tot. Ich habe keine Beleber dabei. Nicht zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Zubat wurde besiegt. Blitzi hält. 115 Erfolgerpunkte. Blitzi erreicht Level 19. Blitzi besiegt. Teenager. Teenager, so ein Mist verloren. Ja, ähm... Start. E-Türmfang. Gut, ich mir ein paar gekauft habe letztens. So, und noch ein. Am besten noch ein direkt hinterher. So, dann kann es ja weitergehen. Ja. Dann kann es weitergehen. Ähm... Ja, einen will es zu weit wahrscheinlich, ne? Oh, oh, ein Kleinstell. Das ist abwechslungsreich. Das ist wirklich mal was anderes. Gut. Blümchen, würdest du das bitte für mich übernehmen? Äh, wie viele Rankenliebe haben wir denn noch? Oh, 10 voll. Warum? Habe ich dich danach nicht mehr benutzt? Egal. So, die Attacke ist sehr effektiv. Kleinstell wurde besiegt. Leder, Blümchen. So, da oben wartet ein Wanderer auf uns. Das ist nicht ein Wanderer hier. Das ist kein Wanderer. Das ist ein Zubat. Mit niedlichen Zähnchen. Hm? So. Da hast du mal einen Blitzschnell. Na komm, schnell. Ja, komm. Tod. Hallo. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Ach so. Und weil ich mal ein Kind bin musste, jetzt versuche ich mich fertig zu machen, ne? Wanderer möchte kämpfen. Wanderer setzt Kleinstein. So, Fleder. Du kannst natürlich wieder mal nichts machen, deswegen. Ab aufs Blümchen. Wir pay für die Leute, die jetzt sagen, Übergang ist ja dein Fleder vorne, bis ich es mache. Das ist doch total... Ja, irgendwie muss ich es ja leveln, ne? So. Ein Rankenhieb, dann sollte das erledigt sein. Klansch, der wird besiegt. Fleder hat Erfahrungsmüter und Blümchen halt vermieden. Klansch, da möchtest du das Pokémon wechseln. Ja. Einmal Fleder. Ja. Pokémon. Und auch Blümchen. Blümchen, fein Deckel. Deckel du mal. Rankenhieb. Das müsste das Klansch schon genauso erledigen, wie das davor. Wenn ich Glück habe, kriegt Fleder jetzt ein Level ab. Nein, natürlich nicht. Oh, nix. Ja, natürlich. Äh, ja. Habt wieder Fleder. Ah, Entschuldigung. Oh, nur Level 10. Ja, hallelujah. Geht's mal ernsthaft? So, jetzt wieder Blümchen. Ja, anders geht es mit dem Level gerade nicht. Ich möchte es auch Level 16 kriegen irgendwie. Bevor ich aus dieser Hülle raus bin, wo gemerkt. So, die Attacke ist sehr effektiv. Oh, nix wurde besiegt. Leder, hinunter нужно selbst auf uns zu. Blea erreicht Level 14. Entschuldigung, das ist, okay, Spezialinitiative. Ja, das hat eine gute Initiative. 115 Blümchen erreicht Level 19. Und ja, das hat eine gute Verteidigung. Gute Spezialarbeit, das ist schön. Dusel besiegt Vanara. Wow, du hast mich total überrumpelt. Dusel gewinnt Geld. Dusel gewinnt Geld. Mondstein. Schön. Wahrscheinlich werde ich mir auch kein Puppen holen, dass das benötigt. Ein Paras. Ein Paras. Ein Paras. Ja gut, davor fliehen wir einfach mal. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Du bist denn komm. Weiter geht's hier. Oh Gott, entschuldigt bitte. Ähm. Ja. Ein Paras. Wow, toll. Ähm, nein. So. Ähm, da können wir... Ein Zubat. Ach, Level 7. Wie viel hast du noch? 12. Ja gut. Ähm, so. Dann können wir jetzt hier auch noch runter. Da... Ah, ging's nicht lang. Genau. Und hier ist in dem Rocket, mit dem ich das kämpfen möchte. Geh, erwachsener, nicht auf den Wicker, du Nervensäge. Ihr lauft doch immer alle auf mich zu, Leute. Was geht denn? Rocket möchte kämpfen. Rocket setzt radikal ein. Ich meine, wenn ich euch ansprechen würde, okay, aber wow. Das ist jetzt echt eine Steilung. Okay. Ich meine, das ist ja nicht gut, aber okay. Das ist mein Esmer... Oh nein, ich überzahne. Das halte mir doch die Hälfte meiner HP. Ach, das ist für mich scheiße. Ja, super. Ah, bepflanzt. Äh, ja. Nehmen wir Rankenheb. Das könnte wehtun. Aber es tut auch weh. Das hilft mir nicht viel, leider. Oh Gott. Na gut, dann nehmen wir mal ein. So. Guten Schlag. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll, wie gesagt. Oh Gott, was ist mit meinem Hals? Das ist nicht nett. Teckel. Teckel ist halt. Ja, genau so wie es dich Teckel. Teckel zurück. Boah, das macht Schaden. Das ist nicht nett. Na, komm. Volltreib. Boah, das war einfach Brot. Ah, Hilfe. 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 Danke. Hey. Mach das bitte nicht nochmal. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Sorry, Insider. Oh, toll. Ich hab noch zwei. Es muss vorerst reichen. Gut, gehen wir weiter. So viel liegt aber nicht mehr vor uns. Also eigentlich sollten wir das schaffen. Oh, sonst geht die AP für alle Attacken aus. Voll mal. Ein Paras. Ja, wie gesagt, gegen das kämpfe ich nicht. Weiter geht's. So, so. Der Weg ist recht lang, aber wir sind gleich da. Hier ist nochmal ein Rocket. Oh, verdammt, damit hab ich nicht gerechnet. Ach, da kommt noch ein Trainer. Wir von dem Rocket werden die Fossilen finden, die Pokémon wiederbelebend teuer verkaufen. Ja. Oh, mein Halskratz. Total ist weh. Ich muss mal ein Stück Wasser trinken. Rocket möchte kämpfen. Ja, ein Ratzwatz. Level 13. Ich sehe, es nimmt wirklich an. Stärkt zu langsam. Gucken wir mal. Blümchen. Blümchen. Ratzwatz. Wurzupiep. Tackle. Ratzwatz. Tackle. Nein. Ich tackle. Oh Gott. Routenschlag. Je super. Ja, das kannst du von mir aus machen. Solange du mich nicht angreifst, ist mir alles recht. Ratzwatz wurde besiegt. Fleder hält er von uns guter Bücher, hält er von uns guter Zubat. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, warum denn nicht? Fleder. Guck mal, hier hast du einen Level 14, der dich nicht angreifen kann. Ja. Und hier hast du einen Blitzy, der dich angreifen wird. Ähm, Blutsauber. Ja, mach das mal. So, hier hast du einen Donner-Shop. Ich sagte, hier hast du einen Donner-Shop. Oh nein. Okay. Okay, ganz schnell. Ja, getroffen. Perfekt. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, nein. Weiß nicht. Oh, ist nicht wahr. Komm schon, bitte. Nein, warum machst du das? Nein. Oh, danke. Das war jetzt so unnötig. Das gibt es nicht. Doch, das gibt es. So, jetzt bitte. Ich möchte jetzt bitte nicht sterben. Stopp, hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Nein, eigentlich gehören sie niemanden. Ha, wir klauen uns gleich welche. Slimer, ja, super. Ich kann ja lustigerweise mal versuchen, ob es verwirrt ist. Ja, Slimer ist verwirrt. Aussetzer. Wow, ich kann gar keine Attacken mehr benutzen. Ich habe keine Attacken mehr übrig. Ich benutze Verzweifler. Yay. Du wirst nicht mehr verwirrt. Wow. Ich habe keinen Attacken mehr übrig. Ich benutze Verzweifler. Oh, jetzt wird es nicht mehr blockiert. Das ist gut. Das tut nämlich weh. Das hatte ich schon mal bei der Pokémon-Liga. Das war ziemlich hart. So, Slimer ist verwirrt. Unverletzlich selber? Nein, natürlich nicht. Warum wolltest du denn auch? Das muss ich wirklich tauschen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Blitze geht es noch besser als... ...in unserem Blümchen. Slimer ist nicht mehr. Ja, ist klar. Logisch. Hau rein. Oh, das ging daneben. Hau rein! Danke. Nein! Oh. Ist nicht wahr. Komm schon. Dankeschön. Yay. Feder hält. Spitze hält. Voltoball. Ja. Klasse. Nein. Warum denn? Letzter Trank. Das kann ja lustig werden. Ja, super. Kreideschrei. Witzes verteilen. Singt stark. Ja, das ist schön. Würdest du es bitte... Oh nein, hier ist Block. Nein! Ja. Also, wenn du dreimal Kreideschrei machst, dann bin ich glücklich. Oder bin ich jetzt im Volltreffer, oder? Bitte? Ich habe bitte gesagt. Natürlich nicht. Ja, ja, das ist auch in Ordnung. So, ein Rucksack. Und das wäre auch erledigt. Smogon. Ja, gut. Ich mag Smogons, aber der Sprite war falsch. Hier, das gehört unter das Gesicht. Das Tattoo von dem Smogon. Das ist immer noch blockiert. Ja, dann nehmen wir einfach das hier. Ja, wie gesagt, wir haben den Sprite falsch gemacht. Ach, das ist ja nicht schlimm. Deckel. Ah, das war kein Vor... Oh, ist hart. Ah, nein. Nein, du lebst, du lebst. Oh. Verdammt. Bitte sei schneller als ein verdammtes Smogon. So schnell, wer kann das nicht sein? Ja. Ja, schön. Na gut, ich gebe dir eins ab. Das ist schön. So, mir ist das so ziemlich egal, welches ich nehme. Ich weiß aber auch nicht, welches das jetzt ist. Entweder ist das ein Kabuto oder es ist ein Ammonitas. Wie ist das doch, oder? Egal. Raus hier. Einfach nur raus hier. Yeah, Freiheit. Der Duft der Freiheit. Uh, der Geruch der Freiheit heißt das doch, glaube ich. Hier muss irgendwo ein Item liegen. Sonst würde es hier nicht dieses Ding geben. So, süße Freiheit sei mein. Ähm, hier können wir noch ein... Doch, hier können wir hoch. Blablabla, blablabla. Jetzt bringen wir uns, äh... TM4 ein. Ich guck gleich nach, was das ist. So, und dann können wir hier bitte schön drüber laufen. Müssen gar nicht durchs Gras. Nicht, dass wir uns noch wehtun. Und können ins Pokémon-Center. Das ist nicht das Pokémon-Center. Das ist das Pokémon-Center. Meine Stimme macht gleich nicht mehr mit. Willkommen im Pokémon-Center. Blablabla, heilen. Dankeschön. Komm, ihr seid wieder vorbei. Eigentlich wollte ich ja mein Zuhause noch trainieren. Gucken wir mal schnell noch, was es da vorne für Pokémon gibt. Na komm, was gibt's hier? Ein Retter. Das ist natürlich nicht so effektiv. Mit Wickel ist das ziemlich ätzend. Flederreich Level 15. Wow. Ein Ratzfratz. Und... Ein Ratzfratz. Äh, ja super. Was gibt's noch? Ein Habitag. Okay, ich sollte vielleicht mal das Pokémon wegzahlen. Äh, ja. Was gibt's noch was? Ein Ratzfratz. Äh, nee. Ein Habitag. Gibt's nur die drei? Ich dachte, es gibt hier vier. Rettern, das hatten wir auch schon. Ist das Level 6? Heiliger ist das. Schwach. Dann Level 10 rettern. Okay, ich guck mir noch zwei an und wenn dann nichts Neues ist, dann lass ich's. Äh, ja, mach ruhig einen Schnabel. Gunnershock, du bist tot. Dann rettern. Na, ich glaub, es gibt hier nichts anderes. Okay. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.